jetzt hier 55 stunden haben wir es jetzt so wichtig gerade 55 stunden und wir werden es jetzt ganz kurz aufmachen um mal zu zeigen wie es ist und dann werden wir das gleich in Scheiben schneiden klingt lecker, richtig schön, mit Garen macht haben wir das Rosmarin ist drauf und das schneiden wir jetzt in den Steks das sieht es aus und das werden wir jetzt kurz anbraten so wir haben jetzt ein bisschen Olivenöl nehmen wir jetzt in der Pfanne und dann das Fleisch da rein und das Fleisch tue ich gleich ganz kurz nur anbraten und höchstens tue ich das mit hausgemachten Meersalz von Zypern, das kommt von Elke und von Hans Werner, herzlichen Dank nochmal immer für das tolle tolle Salz, ich kenne kein besseres Salz, wie von den beiden und das ist das ganze, was wir jetzt nur ganz ganz gut anrosten und dann ist das schon fertig so es kommt noch ein bisschen Pfeffer drauf, ich habe noch frisch gemahne Pfeffer, Meersalz haben wir drauf von Elke und von Zypern und dafür werden wir es mal anschneiden, probieren, wie sieht es aus Butter butter zart, ist wirklich, man kann das so zart, was falsch, kann man so essen, ich glaube man kann es sogar abstechen ohne, ohne Messer, was so zart ist das so